ich bin tot das war es jetzt doch du warst mein freund der blasmusik und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir minecraft mörder auf dem high pixel server mit dabei ist cubestar und dann würde ich sagen wir sehen uns in der runde wieder richtig richtig kommt käme ich wenn du mörder bist käme ich doch hätte ich jetzt überhaupt mein schwert schon einmal so oder ja hast komm wieso würde ich dich fragen ob ich jetzt mein schwert schreibt wenn ich mörder wenn man blüht da ist er steve ich höre schon wieder mord und totschlag was sind es nitsche du hast los kommt davon weil sowas behauptet wenn ich jetzt abgeknallt wert ich lache jetzt echt wenn du hoffe ich habe dann mein kopf namen richtig geschrieben die können hier kein deutsch mir fehlen noch fünf gold für ein bau mir zwei nein da ist der mörder ich bin tot ich auch ich bin ich doch wollen schon ein paar mal vorbei geraten direkt neben dir aber jetzt geht es rund ich bin der mörder jetzt geht es rund gibt es da und das schreibt ich bin der mörder vor allem es glaubt mir ja wenn ich das selber reinschreiben wird mord und totschlag genau hinter mir ja weil du war da bist ja kein wunder dann war es aber vor mir vielleicht sagst du einfach nur dass es hinter dir ist als tarnung der mörder der mörder da rennt aber den potions rum der hat gerade jemand umgebracht ich weiß wer mörder ist oder mörder kommt der mörder kommt wie soll ich der mörder sein du bist auf jeden fall kein mörder achtung gomme ist gleich tot und du auch der kalt ist weg da kann es weg ach glauben ich weiß ja mal ich hole mal abholchen auch die pöschens die marken vor allem jetzt ist so dumm das bord manchmal gold das bord manchmal gold im nicht ich glaube der mörder ist direkt hinter mir oder bist du es ja ich bin ja der mörder hast du gesagt ich weiß aber wer da ist ja du die ich bin begegnet nicht auch da sage ich doch ich bin ich der mörder scheiße jetzt lauf einfach was hat mich ja ich bin natürlich ich bin ich schon was jetzt da ein kapitel ein bisschen weil die jahr den nörder keine ahnung was das das ich habe irgendwie immer schiss wenn ich so wusste ich weil der mörder meiste sind im großen raum rumrennt ich glaube der läuft der glatt hinterher und als neid ist kein handy das ist so ein handy jawohl glauben auch nö das ist die map wo ich mich nicht auskönnen ja ich verlaufe mich ja auch jedes mal schreibt uns mal in die kommentare welche von den maps die wir heute gespielt haben eure lieblings map ist und ob ihr allgemein auch mörder spielt dann mörder mich dachte du nimmst jetzt den rapid aufzug nein hinter mir war schon wieder mord und totschlag oder ich habe zumindest was gehört wieso habe ich immer mord und totschlag ja eigentlich jeder runde oder wenn ich nicht gerade selbst mörder bin ich weiß nicht irgendwo rum gerade in diesem großen raum ich verirr mich hier ich war hier fest alter ich bin woanders gelandet mit dem großen raum auch echt ich habe nicht genug gold wo auf dieser map finde ich auch nie gold nicht zum kotzen langsam ich glaube jetzt immer den gleichen weg dass ich mich auskennen wo geht's nicht ich bin tot das war's jetzt doch du warst ja das was ich hätte was mit rechnen müssen vor allem du findest hier nie gold und verläuft na gut das habe ich sage ich auch jedes mal aber also am bringen wir die leute um aber gescheit klatschen mal ein stück noch der detektiv sammeln den bogen auf geht nur leider nicht mehr weil ich tot bin ja haha aber ich habe dich gekillt das war mein einziges ziel aber ich habe zehn prozent mörder und sechs prozent ja und dann als detektiv entweder vergesse ich wieder dass ich detektiv bin oder ich tue du denkst ein ewig nach gold suchen i'm innocent i'm innocent and what are you who and what are you who ich mach jetzt was was ich schon lange machen wolle du trollst andere spiele oder bringst du mich um nein uch da sporn direkt gold hi oh mein gott du bist mal ich habe es gesehen ups jetzt das war gerade der beschisseste doof geil wir waren zwei wir waren beide in hopkeli wir waren beide in einer runde detektiv äh in zwei nacheinander folgenden runden alter wie so wenig bekommen hast ich mache jetzt ein massensterben es sind auch neun da das kann auch lange dauern auf der riesen ich habe auch noch dreieinhalb minuten so groß ist sie jetzt auch ich habe schon wieder motto und totschlag gehört das ist irgendwas anderes neiiiin geh weg geh weg oh alter herzenfakt da ist der bombe den wollte ich unbedingt töten und das habe ich geschafft neiiiin 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 und gartenbogen und samm threat aber immerhin ha struggling racht deine leiche ich lach deine leiche aus haaaa so ich hoffe euch hat die runde gefallen wenn ja hinterlasten feedback und schaut bei粤star vorbei und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!